Ihr habt ein sportliches Bike und wollt verreisen und ihr wollt ums Verrecken keine Koffer am Bike haben, verständlicherweise. Da gibt es eine richtig coole Taschenkollektion und die zeige ich euch jetzt. Vanucci Sportivo. So, ich hoffe Mally zoomt jetzt gleich mal ein kleines bisschen raus. Schick. Genau, und er sagte gerade so im Hintergrund, damit die Leute nicht denken, was ist denn das für ein Knecht? Was hat denn der da an? Da komme ich später zu, denn das ist so das letzte Gimmick, was ich heute vorstellen möchte. Ansonsten fangen wir an beim Tankrucksack. Und wir haben hier mal unsere Triumph wieder mitgebracht. Also doch, so ein Naked Bike, schön sportlich. Und ich glaube, euch ist klar, wenn ihr damit verreisen möchtet und ihr habt vielleicht auch ein ähnliches Bike, packt man da Koffer ran, so mit Kofferträger und dann diese fetten schwarzen Plastikteilchen oder also so Alu-Koffer. Definitiv nein. Das sieht nicht gut aus. Es geht auch immer ein kleines bisschen um Optik. Ich zeige euch jetzt die Vanucci Sportivo Gepäckreihe von Luis. Und da könnt ihr wirklich verreisen mit. Und das sieht auch noch richtig, richtig gut aus. Angefangen im Tankrucksack. Und das ist der hier, der kleine, denn ich habe nachher auch noch einen großen dabei. Der ist in erster Linie auch erstmal magnetisch. Das hört ihr jetzt gleich wieder. Achtung. Und die halten wirklich auch sehr, sehr bombig. Aber es ist dann eben auch so, hier auf der Rückseite, da habt ihr dann so Gutsysteme. Das heißt, hier sind auch nochmal Magnete drin für die Seite. Achtung. Jetzt haben wir es komplett. Einmal Magnet, zweimal Magnet und der dritte hier. Das hält schon richtig gut. Aber das ist natürlich auch wieder abhängig vom Motorrad, wie gut das funktioniert, wie die Tankform liegt. Und deswegen müsst ihr das ganz einfach mal ausprobieren. Habt aber immer die Möglichkeit, über ein Gutsystem, wenn das eben nicht so prickelnd funktioniert, oder wenn ihr natürlich einen Kunststofftank habt, das Ganze dann eben auch an irgendeinem Rahmenteil festzuzurren. Was kann der noch? Der kann eine ganze Menge noch. Nämlich, der hat eine Menge Aussattungsmaterialien noch dabei. Hier sind eben genau diese Gurte für die Seite hier. Und, was ist das? Ja, im Endeffekt sowas wie eine Mini-Kartentasche. Also für die Oldschool-Menschen unter euch, die wirklich noch nach Karte fahren, könnt ihr euch hier in diesem kleinen Ausschnitt wirklich, ja, Kartenmaterial reinpacken. Ihr könnt aber auch, und hier gibt es auch, das Handy hier reinpacken, sofern es nicht zu dick ist. Und, das habe ich auch schon gesehen, es gibt Leute, die fahren sogar mit einem kleinen Tablet, was hier reinpasst, und haben dann im Endeffekt die Navigationsdaten darauf. Wie kriege ich das Ganze hier fest? Kleiner Klett. Einmal hier durch diese Ösefummel. Und vorn gibt es dann hier einen Magnetverschluss. Und der, Achtung, klack, rastet da vorn ein. Und dann habt ihr eure Kartentasche oben auf, auf den Tankrucksack. Klasse gemacht. Für den Inhalt, um den wasserdicht zu schützen, liegt tatsächlich so ein wasserdichter Beutel bei. Und bei dem ist es so, ist wie so ein Seesack geschnitten, füllt natürlich logischerweise auch diesen ganzen Tankrucksack innen aus. Und der hat hier auch so kleine Klettösen, für einen, als auch auf der anderen Seite. Und demnach könnt ihr den hier drin, an den Gegenstücken, jeweils befestigen. Ich zeige das hier nochmal. Da kommt er, da ist er. Und das bedeutet, dass dann, damit das nicht zu fummelig ist, der Inhalt des Tankrucksackes wirklich perfekt wasserdicht geschützt ist. Denn das Außenmaterial des Tankrucksacks ist eben nicht wasserundurchlässig. So, einmal drin. Einmal schön reingepackt. Dann landet euer Gepäck da drin. Am Ende wird der hier oben einmal so zusammen gedreht. Miteinander verschlossen. Das funktioniert auch magnetisch. Klick, ganz von allein. Und das war's. Also schickes Teil mit einer sportlichen Form und sehr, sehr gut durchdacht und vor allem schützt es euren Inhalt. Was nimmt man mit? Ja, Geldbeutel, Zigaretten, Taschentücher, die Sonnenbrille, Kartenmaterial, wie auch immer. Alles, was ihr dabei haben müsst, findet hier wunderbar Platz. Und für den Wochenendausflug, die Badehose, der Bikini und das Handtuch finden auch wunderbar Platz da dran. So, damit ich es nicht vergesse, die Vorderseite des kleinen Tankrucksacks hat natürlich auch wieder beide Anschlussmöglichkeiten. Nämlich für diesen Lenkkopfriemen, der auch hier einmal und am besten mal hier aufs Moped halten, hier vorm durchgefummelt wird. Und damit, falls was passieren sollte und irgendwie dieser Tankrucksack seinen Halt auf dem Tank verliert, der aber eben nicht auf der Straße landet, sondern dann eben nochmal am Moped fixiert ist. Das ist im Endeffekt so ein Must-Have, was an jedem Tankrucksack dran ist bei uns und was auch an jedem dran sein sollte. So, wenn der jetzt nicht reicht von der Größe, schnappen wir uns das große Teilchen. Der ist natürlich genau an dieser Stelle exakt genauso ausgestattet. Und der hat dann eben auch nochmal die Möglichkeit hier diese Magnetlaschen auszuklappen. Immer nochmal auch mit diesen Steckern versehen, damit ihr immer die Wahl habt zwischen magnetischer Befestigung oder auch Verzohrmöglichkeiten, je nachdem was ihr für einen Tank habt. Das gilt natürlich für eure Zeit dann ganz genauso. Und wie gesagt, bei unserer Triumph hier ist das Ganze magnetisch und da sollte es jetzt gleich wieder laut werden. Und die halten wirklich sehr, sehr gut. Lenkkopfriemen noch hoch und fertig. So, was haben wir jetzt hier? Wie so eben bei dem kleinen, ich packe es jetzt nicht extra aus, ist hier einmal die wasserdichte Tasche dabei, die auch innen am Tankrucksack wieder fixiert wird. Und es ist auch diese Kartentasche mit dabei, um dann eben, ja, wie gesagt, Karten oder auch ein Tablet transportieren zu können. Der Vorteil dieses Tankrucksacks liegt auch noch darin, je nach eurer Körpergröße, ob das funktioniert, ihr könnt das Volumen hier auch nochmal erweitern. Das hier ist schon eine ganze Menge, wenn es aber nicht reichen sollte, dann Achtung, das hier einen Reißverschluss, eine sogenannte Dehnfalte. Und dann, Achtung, klack, und das gute Stück nochmal ein paar Zentimeter höher. Und das ist jetzt das maximale Volumen. Da kommt ihr schon ziemlich lange damit aus. Kleine Taschen an der Seite und hier an der Front gibt es natürlich auch noch. Je nachdem, was da reinpasst, alles das, was ihr für den schnellen Zugriff benötigt. Vielleicht hier und da mal irgendeine Mautkarte für die Alpen. Ja, ansonsten. Das Maximum an Tankrucksack, was wir aktuell bei dieser Gepäcklinie zu bieten haben. Was aber eben auch noch fahrbar ist. Also müsst ihr auch immer sehen, dass ihr in der Sitzposition dann auch nicht unbedingt da oben aufliegt. Also ihr wollt zwischendurch ein Nickerchen machen. Aber es darf eben beim Fahren auch nicht behindern. Wenn ihr mit dem Moped in einer Lewis-Filiale seid, am besten austesten, draufsetzen und Birkenchecken. Weg vom Tankrucksack. Wieder mal auf ans Heck. Denn es gibt natürlich dann auch eben diese Gepäcklösung. Anstatt Koffern sich textile Satteltaschen daran zu bauen. Und die eben wie angesprochen, in dem Falle einer wirklich sehr, sehr sportlichen Form. Im Manochi Sportivo. Die sind von oben zu befüllen. Und hier könnt ihr dann schon mal auch dieses Grundvolumen sehen. Sollte das tatsächlich auch wieder nicht ausreichen. Dann gibt es auch hier, ähnlich wie beim Tankrucksack, so eine leichte Dehnfalte. Und dann springen hier noch ein paar Liter mehr raus. Also das ist dann auf beiden Seiten natürlich möglich. Und das ist jetzt in dem Falle auch die maximale Zuladung, das maximale Volumen. Wie ihr sehen könnt hier im Deckel. Auch sehr, sehr praktisch. Auch mal so ein extra Dokumentenfach. Für das, was ihr eben im Schnellzugriff dann eben auch braucht. Und ihr denkt euch dann wahrscheinlich eine Sache schon, naja, wasserdicht ist das Material wahrscheinlich hier auch nicht. Korrekt. Thema. Und das ist jetzt bei der anderen Tasche dabei. Ich hole es gerade mal raus. Und die liegen natürlich auch hier, wie beim Tankrucksack auch, diese wasserpflichten Innentaschen bei. Und da verpackt ihr dann wirklich euer Gepäck drin. Und dann braucht ihr niemals zwischendurch anhalten, weil der Wolkenbruch kommt und irgendwelche Regenhauben darüber fummeln. Nein, ihr könnt dann ganz einfach weiterfahren. Jede Menge gut Zeug liegt hier auch noch mit drin, denn, und jetzt packe ich die mal schnell weg, diese Satteltaschen müssen natürlich wirklich fest am Fahrzeug verzucht sein. Das passiert einmal über diese vier Klettriegel hier, übers Heck von links nach rechts. Und die sind natürlich logischerweise, weil es klett ist, in jeder Länge variabel. Und die richtet ihr euch so ein, dass es für euch passt. So wie wir das jetzt hier einfach mal so ganz pauschal drüber geschmissen haben, haut es natürlich nicht hin. Weil das Ganze einfach viel zu wackelig ist. Sondern am besten unter der Sitzbank durchlegen. Vielleicht auch zwei unter der Sitzbank, zwei über der Sitzbank, je nachdem wie es funktioniert. Und mit ausreichend Abstand zur Auspuffanlage. Weil das hier ist natürlich jetzt definitiv nicht optimal. Weil dann kurkelt euch die Tasche links und rechts natürlich an. Es gibt auch für viele Maschinen, und schaut euch da mal in der Lewis Bike Datenbank um, Abstandshalter, die auch sportlich und schick sind. Und dann liegen die Taschen da hinten an. Und da ist immer ein gewisser Abstand zum Auspuff gegeben. Und dann passiert da überhaupt nichts. Mit dem Gurtzeug, was beiliegt, spannt ihr dann die Satteltaschen. Die haben mehrere Möglichkeiten. Hier sind so ein paar Ösen. Hier und hier. Zur Beifahrerfußraster ab. Oder zu den hinteren Blinkern. Oder zur Nummernschildaufnahme. All das, was die Taschen im Endeffekt stabilisiert. Und dafür sorgt, dass sie nicht hin und her eiern. Dass ihr in der Schräglage, selbst mit vollbepackten Taschen, jederzeit so fahren könnt. Ja, als wären es Koffer. Ihr seid maximal flexibel damit. Und wenn ihr dann an eurem Zielort angekommen seid, Gurte lösen, Klett lösen und mit den Taschen aufs Hotelzimmer gehen. Oder ins Zelt, was auch immer ihr da tut. Und sehr geniales System. Wenn das noch nicht ausreicht und ihr euch einen Kofferraum wünscht fürs Motorrad, den habe ich hier dabei. Das ist nämlich die wirklich sehr schicke und gelungene Hecktasche. Wenn die nämlich dann hinten drauf befestigt ist. Und die Frage ist, wie? Übergurte mit den normalen Clipsen hier. Auch wieder unter der Sitzbank durch. An irgendwelchen Stellen, die da Rahmen vielleicht am Heckteil irgendwie freigibt. Hauptsache fest. Dann habt ihr hier natürlich nochmal einen zusätzlichen Stauraum. Und das Schöne daran ist, der ist auch schön stabil. Also diese Tasche fällt nicht in sich zusammen. Sondern steht eben sehr, sehr schick. Macht auch von der Optik her ein schönes Heck. Ist natürlich Ansichtssache und Geschmackssache. Aber das wirkt eben sehr, sehr gut. Und ihr habt eine schöne große Öffnung, um dann dieses Teilchen auch beladen zu können. Auch hier, wie wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben, hackt jetzt rutscht das Ganze ein bisschen. Die wasserdichte Innentasche für euer Gepäck. Und auch hier wieder so ein Schnellzugriff-Netzfach für die wichtigsten Sachen, an die ihr schnell rankommen müsst. Also wenn man auch gern zum Einkaufen fährt mit dem Motorrad und irgendwas sehr fragiles transportieren muss. Eine Packung Eier oder sowas. Ja, die sind hier wunderbar geschützt. Und das Teil, richtig befestigt, sieht hier hinten drauf auch wirklich sehr, sehr schick aus. Wie ihr jetzt schon gesehen habt, sind natürlich sämtliche Gepäckstücke auch optisch absolut aufeinander abgestimmt, damit es wirklich auch zusammenpasst. Also es ist eine Linie und das macht dann die ganze Sache auch optisch sehr, sehr attraktiv. Ja, sollte euch das jetzt wirklich mit dem großen Tankrucksack, mit den beiden Seitentaschen maximal ausgefahren und mit der Hecktasche noch immer nicht ausreichen und ihr müsst wirklich selbst noch was tragen oder ihr gebt es an die Beifahrerin oder den Beifahrer ab, gibt es natürlich auch noch den passenden Rucksack. Mein Hinweis an dieser Stelle, verpackt so viel wie möglich aufs Moped und tragt so viel wie möglich oder so wenig wie möglich selbst. Wenn es dann aber sein muss, gibt es den entsprechenden Rucksack, auch in der gleichen Optik, Deckelfach auch für den Schnellzugriff und gleichzeitig, Achtung, beinhaltet dieses Deckelfach die wasserdichte Regenhaube. Denn die müsst ihr hier an dieser Stelle tatsächlich dann einmal drüber fummeln, falls ihr in den Wolkenbruch geratet. Ist ein schöner Gummizug mit drin und damit einmal drüber stülpen, fertig aus. Ansonsten natürlich Rucksack typisch normale Gurte mit einem schönen gepolsterten Rücken, dass das Ganze auch wirklich bequem zu tragen ist. Auch natürlich mit einem Bauchgurt, dass das Teil bei höheren Geschwindigkeiten dann natürlich euch auch nicht irgendwie abhebt. Und vom Volumen her, das Ganze mal, schaut das Ganze so aus. Ja. Auch hier für den Schnellzugriff am Bauchgurt nochmal so kleine Taschen, was weiß ich, Münzgeld für die Parkgarage oder sonst irgendwas. Also all das, was das Ganze immer einfach, ja, sich sinnvoll nutzen lässt. Ihr könnt hier einfach ausprobieren, was ihr da reinpackt. Ja. Damit ist die Wanschi Gepäckserie fast komplett. Denn jetzt kommen wir zu dem, was ich dann noch an mir habe. Natürlich Geschmackshache, auch nicht jedermanns Ding. Aber noch lange nicht oder schon wieder in Mode, noch lange nicht aus der Mode gekommen. Einfach hier so eine typische Gürteltasche, auch wieder mit Netzfach, Dokumentofach und auch hier an dieser Stelle mit dem wasserdichten Beutel. Also je nachdem, was ihr da transportiert, eben braucht euch nie Sorgen ums Wetter machen. Cooler, finde ich aber persönlich, ist einfach so eine Beintasche hier. Und wie ihr die befestigt, ob ihr die dann auch mit eurer Motorradhose ein kleines bisschen tiefer tragt. Die darf sich natürlich nicht irgendwie negativ auf die Bewegungsfreiheit auswirken. Je nachdem, habt ihr eine Lederhose, habt ihr eine Textilhose. Aber hier könnt ihr auch all das, was ihr schnell braucht, einfach reinpacken. Schnellzugriff fürs Handy, schnellzugriff für die Papiere. Auch hier wieder irgendwie in der Mautstraße bezahlen und dann schnell zum Geldbeutel hinkommen müssen. Ihr könnt einen Schlüssel anhängen, da ist extra so ein kleiner Karabiner mit drin. Also wirklich sehr, sehr gut durchdacht und für die Wasserdichtigkeit wieder der kleine Beutel mit drin. Und das Ding ist tatsächlich so ein richtiges Must-Have. Passt zu jedem Fahrzeug, passt zu jeder Hose und sieht einfach auch cool aus. So, also ihr habt ein sportliches Fahrzeug, ihr wollt verreisen, ihr mögt keine Kofferträger und Koffersysteme, was ich absolut verstehen kann. Ihr wollt, dass euer Bike einfach selbst beim Verreisen immer noch schick aussieht, dann schnappt euch das hier. Probiert es bei Louis Galenz einfach mal in der Filiale aus, schnappt euch das Gepäck, sagt den Kollegen da Bescheid und probiert es draußen vor der Filiale einfach mal am Fahrzeug. Was ist der richtige Tankrucksack für euch? Habt ihr einen Metalltank, habt ihr einen Kunststofftank? Wie aufwendig ist es dann eben vom Verzurren her? Und wie schaut es mit der Auspuffanlage aus? Für die Seitentaschen braucht ihr vielleicht noch den ein oder anderen Abstandshalter. Die gibt es mittlerweile auch für kleines Geld und auch einigermaßen schick. Ansonsten würde ich sagen, gute Reise und viel Spaß damit.